Ich möchte bei diesem Einsatz weiter daran arbeiten, die Elektrifizierung voranzutreiben in Form der hohen Masten, die ich hier installieren kann. Der ist krummer, aber kann man den nicht wieder gerade bieten? Der ist brauchbar. Also drücke ich nun mal wieder die Schräubchen rein. Jetzt 30 cm Abstand. Und da kann man hin. Oder vielleicht sogar hier. Und da kann man hin. Und da kann man hin. So, zum Glück habe ich hier ja noch eine zweite Schachtel, äh eine zweite Tüte mit Masten. Mal gucken, ob das noch versprachbar ist. Mal gucken. 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 Der nächste kriegt wieder 30 cm Abstand, wäre also direkt hinter dem Wäldchen hier. Der nächste kriegt wieder 30 cm Abstand, wäre also direkt hinter dem Wäldchen, die in den Wäldchen, die in den Wäldchen und die in den Wäldchen. Tja, wenn wir jetzt drankommen, die nächste Frage, wie jetzt filmen? Erst mal die Kamera versetzen. So. Jetzt den Masten einbauen. Deinzig. Hainzig. Okay. Dieser Mast erfordert jetzt leider einen Gegenmast auf dem Firmen-Gelände. Und jetzt kommt der Mast, der Mast. Okay. Okay. Und wenn ich hier schon mal in der Ecke bin, kann ich hier auch gleich eine Rante setzen. Da komme ich jetzt relativ nicht total durch, so was wir nun auch immer haben. Dafür den Grillen schon durch. Okay. 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 So, da habe ich noch mal einen Masten. Okay. 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 Das werde ich wohl erst beim nächsten Mal verschrauben können. Okay. Okay. Okay.